Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich hatte ja in meinem vorherigen Video angekündigt, dass ich nach Namibia fliege. Und hier sind wir in Namibia. Untertitelung des ZDF, 2020 Heute startet unsere erste Unternehmung. Und zwar eine Wanderung durch die Köcherbaumschlucht. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Jetzt geht es auf zu unserer zweiten Unternehmung und zwar zum Sesrim Canyon. Das hier ist der Sesrim Canyon. Früher brauchte man sechs Lederbänder, um von den Runden Wasser zu kriegen. Wir haben hier einfach eine Schlange entdeckt. Ihr seht sie hier? Oh mein Gott, ey. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ziel erreicht. Untertitelung. BR 2018 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 Wir sind hier gerade im Swakop Munda Museum. Gestern sind wir in Swakop Munda angekommen und jetzt gehen wir Mittagessen. Seht ihr den Rauch? Hier brennt es. Es brennt hier einfach. Ich habe noch nie einen Hausbrand erlebt. Hier stehen so viele Leute. Alter, was ist das? Sie sehen hier live das Geschehen aus Namibia, Swakop Munda Dolphin Pharmacy. Es brennt hier. Gott sei Dank hat es nicht die Tankstelle erwischt. Ja, Breaking News wieder am Start. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020